Jede Hexe kann sich an ihrem 33. Geburtstag, genau 33 Minuten nach ihrer Geburtsstunde, etwas wünschen. So ist der alte Hexenbrauch. Die wasse? Von wem wünschen? Na, von ihrem Glücksstern, Papi. Ist alles schon passiert, heute Nacht? Ich glaube, ich weiß, was Mami sich gewünscht hat. Na, ich denke nicht, Babylein. Also, meine Lieben, nach reiflicher Überlegung habe ich mich heute Nacht dazu entschlossen, meine Hexkraft abzuschwören. Für immer.